so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir machen heute weiter mit der eroberung dieses viertel ziel weil wir müssen ja auch mal ein bisschen weit weitermachen können so hier muss noch eine kamera sein die muss aber hier irgendwo sitzen moment ich sehe sie doch gar nicht wo sind da so dann haben wir da immer noch eine satellitenschüssel aber das ganze ding da oben gehört noch dazu so dann gehen wir da mal jetzt hoch und diese satellitenschüssel so für erledigt die wollten mich nämlich doch ein bisschen ärgern aber das haben wir ja schon eingedämmt bekommen und so wir gehen heute wieder ein bisschen reparieren ein bisschen sprain genau laufen wir genotisch den spreadings das schaffen wir schon nehmen wir arbeiten uns jetzt bei 70 durch aber wir haben ja schon das zweite viertel heute dieser aufnahme session erledigt so ja jetzt haben wir jetzt in folgen einfach ein bisschen kurz wert aber es ist halt manchmal so dass es so dass wenn ich mal viel vorbereitet muss das erklärt der von mir wenn ich dann sehr viel vorbereiten muss dann arbeite ich aber so weil ich den gerettet sagt sagt so wir dürfen auch wieder einen agenten sammeln dann möchte ich das gut ja wenn wir den gegner haben wenn die wieder so großen dicken schicken dass wir dann den mit den down haben dann ist es relativ easy dann kriegst du ihn so meistens so irgendwo muss jetzt hier oben noch eine agent sein und zwar hier und zwar ein typ mit dem blauen hoodie und dem weißen hemd der muss hier irgendwo rumstehen ich sehe nur gerade nicht hab ihn ich habe ein leserschwert so ok so schön wenn man weiß dass man ein bisschen aufgeräumt hat hier ähm und wieder die up einheiten upsie das ging verdammt schnell der ist schon weg so was macht man denn als nächstes weiter Moment da ist noch nix da ist ein spray den ich gerne noch was ich machen will da oben ist noch eine kamera vielleicht machen wir sogar diese folge schon komplett das die eroberung hier dann haben wir zwei viertel heute geschafft komplett das was ich eigentlich gerne was ich gerne machen würde so zwei folgen pro viertel brauche ich immer gerade der kurze jetzt wir machen auch irgendwann nochmal mission aber jetzt erstmal stelle ich ein bisschen hinten die mission an ich weiß nämlich nicht wie weit wie viel mission wir noch insgesamt haben äh wir sind finale und ich würde gern halt alles machen wenn schon richtig wenn schon richtig wenn schon richtig wir gehen weil ich demnächst einen umzug vor der tür habe deswegen kann das so sein dass man bis dahin erstmal gar nichts mehr kommt an content seht es mir dann bitte nach bis ich dann wieder internet habe aber dann werde ich irgendwann wieder anfangen aufzunehmen mit der wenn ich alles fertig habe in der neuen wohnung auch internet und so läuft ja aber jetzt geht dann erstmal alles vor jetzt jetzt bin ich jetzt noch ein paar tage weg das heißt ich arbeite jetzt ein bisschen vor deswegen wie gesagt auch dieses vorarbeiten momentan sehr geil gut ich habe lokums abgeschlossen so irgendwo muss jetzt noch was liegen auf und ziehen warte mal wissen sie es äh ich höre sie doch da 30% wir haben die stadt zu weit runter so dann mache ich hier noch die kamera und dann gehen wir das wir gehen wir in die oberung da oben ist ein neonschild krass krass dass das eine ding mal eben kurz mit einem schuss weg war das äh npc man darf jetzt brauchen die zwei bis drei schüsse bis die mal irgendwie in richtung down sind ja hier die brücke ja da war ja das mit dem äh mit dem konvoi die muss aber hier irgendwo sind die kamera wo sind die die ist ja ganz in der nähe also hier eine brücke oder also hier eine brücke oder ich sehe sie gerade noch nicht meine ist alle versteckte kamera ist normal die ist direkt vor mir also hier 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 ist sie auf jeden fall aber wo hallo kamera Die müsste aber da liegen, wo das Fass liegt. Warte mal, wo liegt mir das Fass jetzt gerade? Hier ist das Fass. So, ich stehe quasi. Warte mal. Ne, es ist nicht das Fass, sondern es ist das Fass hier. Vermutlich. Auch nicht. Was ist denn das? Was ist das hier? Ne, es ist ein Eimer. Dann ist das hier. Das Fass, ne? Auch nicht. Hä? Was sieht direkt das Kamera denn denn? Das Fass ist das. So. Und die Kamera sitzt auf der Höhe der Längsseite. Das heißt, da in die Richtung müssen die liegen. Die ist schon mal sehr gut versteckt. Ja, die Söhne ist der Längsseite von dem Fass. Also müsste die, gucke ich jetzt drauf. Die müsste ich jetzt eigentlich drauf gucken. Wo ist die denn hin? Ich sehe die gerade nicht. Ich sehe die wirklich nicht. Was ist die denn? Ich gucke jetzt. Ich stehe jetzt extra ganz am Fernseher. Nämlich jetzt, dass wir die keine Kamera finden können. Äh. Hallo. Liebe kleine Kamera, wo hast du dich versteckt? Die müsste ja direkt vor mir sitzen. Quasi. Ich sehe dich. also die müsste ja hier irgendwo sein und zwar ziemlich direkt vor mir sie denn hin wird blöd rat wenn die ist verdammt gut dann ist sie verdammt gut getarnt also hier bin ich stehe ich gerade jetzt ist sie hinter mir das heißt ich muss die ja da irgendwo haben irgendwo auf der höhe hier müssen die sitzen ich gucke jetzt quasi drauf also hier stehe gucke ich quasi drauf also müsste die ja wo da sitzen wo hä ernsthaft ich habe keine ahnung wo die sein könnte also ich stehe jetzt hier gucke drauf zu quasi also das ist sie hier oben im pfosten dran position unter der brücke ja jetzt ist sie nicht ne ok das up hat eine kamera gebaut die sehr sehr gut versteckt ist und zwar sehr gut versteckt ist oder ich bin einfach zu blöd und sehe die nicht zwar sich die dann wirklich nicht ich habe keine ahnung wo die sein könnte die muss ja hier irgendwo sein und ich stehe hier vor den direkt auf dann stehe ich stehe vor diesem für das fass hier oder warte mal welches das müsste das hier vor dem wir vor diesem fass stehe ich hier so und dann muss die kamera quasi vor mir sein etwas weiter oben so ich gehe mal ein paar schritte vor jetzt bin ich wieder außerhalb des sichtbereiches also die ist hier oben irgendwo drin oder was da ist die mein gott die war wirklich gut versteckt muss ich sagen das haben sie sehr gut gemacht so kamera zerstört wir können in den viertelfinalkampf gehen oi 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 ist das eine lange mission gewesen eine lange tortur so ist ja heini oh schon tot na welch eine überraschung so ok dann haben wir den nauw besiegt und wir machen heute weiter abflug ich werde nicht sterben weil ihr quasi gut seid hier wird keiner sterben den ich wo ich der gut ist so dann ist das kämpfchen ja gespannt mal wieder das ist der plan der sache so schauen wir mal aber ich habe schon wieder dicke leute dabei die hier hier ist hier hier Oh la la. Was haben wir denn? Vier, ne? Deine ist schon down. Der nächste da auch noch drei, fünf von uns insgesamt. So, nur noch einer, mein Freund. Das war's. Wir haben perfekt da oben gestanden. Die kamen nicht hoch, die wussten nicht wo wir herkommen. Und damit haben wir das Ding erledigt. Das haben wir auch erledigt. Waterfront gehört uns. Und wir sind fertig für heute. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Infamous Second Son. Halt, nein. Wir würden den Archibien noch da helfen. Komm mal her hier. So, dann gehen wir uns wieder aufladen. Und damit war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, bei Infamous Second Son. Und dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal weiter. Dann waren wir wahrscheinlich hier einfach wieder aufzuräumen. Wir haben hier nicht mehr so mega viel. Überhaupt nicht. Wie viel haben wir denn überhaupt noch ein Viertel? Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Drei. Wenn ich es richtig mitgezählt habe. Eins. Zwei. Und das hier oben. Ja, drei Stück. Sonst insgesamt nur noch. Dann haben wir fertig. Dann haben wir zumindest alle Viertel erledigt. Also 3, 4, 4, 5, 5, 5, ja, kriegen wir hin. Also hier, Uptown 1, Downtown 2, Daddy Park 3. Ja, und dann haben wir es. Genau, 3 Viertel haben wir noch. Dann machen wir das nächste Mal mal mit Daddy Park weiter. Und das ist dann hier das Ziel. Und dann kriegen wir natürlich alles so weit hin. Ich habe da wenige. Einige, gute. Okay, gut, dann war das auch erledigt. Dann gehe ich jetzt wieder. Dann gehen wir jetzt ein bisschen speichern. Wie gesagt, 3 Viertel haben wir noch. Plus die ganze Mission heute, ne? So ein paar Missionschen, die war. Aber die kriegen wir hin. Gut, dann machen wir Feierabend. Auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, morgen um 16 Uhr wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Yeah. Vielen Dank.